Ja, hallo, mein Name ist Stefan Grombach. Ich arbeite bei Firma Festo als Key Account Manager für die Firma Daimler. Ich habe mich zum Workshop angemeldet, weil mich das Thema Digitalisierung im Vertrieb sehr interessiert. Ich kann das ein oder andere umsetzen. Ich war aber vor allem sehr verblüfft, was mittlerweile state of the art ist, wie man mit Triggerpunkten und dem Ergebnis aus besuchten Webseiten und so weiter hier Leads generieren kann. Und das in einer Qualität, die seinesgleichen sucht. Und ganz besonders kann ich sagen, dass der Ausdruck Kaltakquise ist tot 100% meiner Meinung entspricht.